Nur mit einer Axt bin ich unterwegs. Der Wind im Nacken und 49 Minuten Zeit, um aus Tarkov zu verschwinden. Und damit willkommen, meine lieben Zockfreunde. Ich begebe mich nach Tarkov, das nackte Überleben und schon höre ich Schüsse. Und die sind ziemlich nah. Fuck. Und in dieser Scheißkiste war nichts drin, oder? Das nackte Überleben und ich bin sogar nur mit einer Axt bewaffnet, weil ich all meine Waffen verloren hab. Schon mehrere Runden gespielt und schon mehr verloren. Mal gucken, ob ich hier was finde. Ein Schlüssel. Mehrere Schlüssel. Vielleicht ist es ein Schlüssel für ein Fahrzeug. Oh oh. Ah! Gott! Das war knapp. Hat er mich erwischt? Das war Reflexe. Kommt er doch da um die Ecke? Okay. Hat er irgendwas dabei? Mal ein Spieler sogar. Wow. Mit einem Schlag erledigt. Er hat mich aber auch erwischt, oder? Bin ich verletzt? Oh, tatsächlich. Ich mach's nicht mehr lang. Scheiße. Es ist doch mal ein Start. Nimm mal die Schlüssel noch mit, weil das ist die Box, die Alpha Box, mit der ich noch alles mitnehmen kann. Für die, die Escape von Tarkov nicht kennen. Oh, ist das Glück bitte! Was? Wie gut! Oh, wie gut! Ja! Geheilt. Geheilt. Gut. Moment. Ist da hinten einer? Muss vorsichtig sein. Ich hab keine Waffe. Ich vermute auch... dass ich in diesen zerfallenen Häusern auch keine Waffe finde. Aber trotzdem, hier geht's um das nackte Überleben. Schritte! Da drüben! Scheiße! Scheiße! Schüsse! Hat angehalten. Ach, wo ist der? Da hinten. Er hat ne Waffe. Wenn er mich sieht, schießt er. Muss er auf der Hut sein. Vielleicht gehe ich dort hinten zu dieser Kirche. Oh. 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 Da ist er schon wieder. Ganz in der Nähe. Eine Kiste. Irgendwo. Und? Ist was drin? Batterien? Ach, komm schon. Was will ich mit Batterien? Gib mir ne Waffe. Hm? Was wurde hier durchgeführt? Ein Ritual? Oh. Sehr gut. Okay. Das muss ich gleich mal... Genau. Hier rein. Das Datum. Oh. Hier ist noch eine. Okay. Was ist denn das? Schmeiß mal weg. Schrott. Zwei solches Datum. Hätte Beute. Der Bauernhof sieht verlassen aus. Vielleicht finde ich dort ne Schrotflinte oder sowas. Oh. Das ist einfach zu offenes Gelände bis zu dem Bauernhof. Schüssel. Aus dieser Richtung. Okay. Von Heuballen zu Heuballen vielleicht. Los. Okay. 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 Nichts zu sehen. Go, go, go. Okay. Ins Gebüsch. Sehr gut. Keiner zu sehen. Gut. Schön leise. Alles sauber. Okay. Gehen wir mal hier rein. Vielleicht werden wir fündig. ein Werkzeugkoffer. Na gut. Könnte was Interessantes drin sein. Oh oh. Fuck. 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 Scheiße. Nein. Nein. Der sucht mich. Oh fuck. Vielleicht kann ich ihn überraschen mit der Axt, aber er hat eine Schrotflinte. Oh oh. Oh oh. Ich komme näher. Zack. Oh. Penner. Da. Erwischt. Da. Du überraschst mich nicht. Mit einer Waffe. Voll. Waschenlampe. Leider nicht. Oh. Was zu trinken. Sehr gut. Mit. Was zu essen. Auch mit. Mit. Wie sieht es denn aus. Trinken mäßig. Oh. Sollten wir schon mal was trinken. Oh. Na ja. Nimm mal die andere. Zack. War auch noch mit. Oh. Was ist das? Wow. Viele Autos. Ein Zaun. Sieht aus wie ein Parkplatz. Wo ist der Eingang? Da. Kacke. Oh. 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 Ist auch wieder viel zu offen. Aber hier. Ja. Höhenleise. Da oben könnte mich auf jeden Fall jemand weg snipen. Oh oh. Da steht einer. Fuck. Seht er mit dem Rücken zu mir? Das kann ich leider nicht erkennen. Ich glaube schon. Wenn ich außen rumschleiche, vielleicht sieht er mich nicht. Schön in den Kopf schießen. Dann habe ich vielleicht bessere Ausrüstung. So eine schäbige Pumpgun. Okay. Zugehen jetzt. Ich hoffe nur, dass da jetzt niemand um die Ecke kommt. Jetzt ist da niemand zu sehen. Fängt an zu rennen. Jetzt ist er in den Büschen verschwunden. Jetzt läuft er nach oben. Verdammt. Ich habe gleich zuschlagen. Weg ist er. Pech, ja. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Hä? Okay. Shit. Der war nicht alleine. Ich sehe keinen. Erwischst du, Drecksack. Scheiße, scheiße, scheiße. Türe öffnen. Türe öffnen. Äh, die Tür. Ja, noch mehr Schritte. Drin sind noch mehr. Okay. Okay, 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 okay. Locker bleiben, locker bleiben. Wo ist der? Er ist da in dem Laden. Scheiße. Knapp. Sieh ihn nicht. Halt's Maul. Scheiße, der hat mich vermischt. Den auch erwischt. Shit. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Boah. Schnell. Okay. Wie gut, dass ich das gefunden hab. Ich hab mir das Leben gerettet. Wird Zeit zu verschwinden. Wobei... ...finde ich hier noch was. Ich bin zu gierig. Ich bin zu gierig. Ein weiterer Schlüssel. Ich weiß zwar nicht, wofür die ganzen Schlüssel sind, aber... Euros. Und... Keine Ahnung. Was ist das? Nein! Ah! Das ist weggeschwissen. Streichhölzer, Streichhölzer und... Keine Ahnung. Vielleicht eine Karte? Festplatte? Was ist damit? Was ist das? Scheint ein Funkgerät zu sein oder sowas. Das ist ein Funkgerät. Okay, aber damit kann ich nichts anfangen, oder? Keine Ahnung. Ich nehm's doch mal mit. Falls ich's nicht mehr brauch, schmeiß ich's weg. Gut. Jetzt verschwinden wir. Wow. Wie komm ich raus? Wo ist der Ausgang? Ich kann mir vorstellen, hier sind welche. Es ist ein Krankenhaus. Gut bewacht. Sehr gut bewacht bestimmt. Ein Toter. Gar nicht gut. Scheiße. Wer hat den auf den Gewissen? Von die da Kisten. Verdammt! Das ist mein Todesurteil sonst. Warum sollte ich nach oben gehen? Gehe ich besser nach unten in den Keller. Vielleicht gibt's hier irgendwo... ...den Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Wo ist der Ausgang? Ich brauche eine Karte. Ich hab den Ausgang noch nie gefunden. Noch nie. Wow, da liegen noch mehr. Draußen liegt alles voll mit Leichen. Was ist das? Oh, das ist aber doch. Ja. Ausgehen ist keine gute Option. Da sind so viele Leichen. Wow! Hier liegt auch einer. was zur helle ist hier passiert oben ist auch ein hier hat jemand gewütet war ganz schön alle gekillt wo was für ein guter rucksack er ist richtig und richtig groß und was hat er dabei so aufsätze und so zeug sehr schön packen wir alles in den rucksack rein in der tasche haben schmeißen die tasche weg was den sprint brauche ich sowieso nicht immer drin das obwohl wer weiß vielleicht breche ich mir was besser ist es magazine noch richtig rucksack habe ich gefunden gut das hier nein das hier wegschmeißen den aufziehen fragt mich trotzdem wie komme ich raus hier was ist das eine rote tür bist ich dachte das wäre der ausgang ich finde den ausgang einfach nicht wird es wieder nicht schaffen hier ist eine mauer kommt man nicht raus wahrscheinlich schießt mich jetzt noch kurz jemand übern haufen folgt der mauer vielleicht habe ich doch noch glück und ich komme mit dem schlüssel irgendwo raus laut komm schon lauf 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 junge warte hier oh oh nein warum nur warum müssen da jetzt gegner sein das ist noch einer kommt schon die scheiße nein verdammt so gut gewesen und doch gescheitert kurz vorm eingang wahrscheinlich war das der ausgang ich hatte alle schlüssel alles hatte ich ja schade meine lieben zockfreunde aber wenn euch diese folge gefallen hat dann gibt doch dem ganzen einen daumen nach oben und kommentiert es ob ihr noch weitere solche spannende aufreibende wie das ist schon sehr atmosphärisch und macht schon eine menge spaß wenn man doch mal glück hat und ja ein bisschen durchkommt ok und ja dann werden wir sehen ob wir uns im nächsten video sehen haut rein freunde bis dann ciao ciao im im